Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Hütte zum Wohnen müsste man sich genauso selbst zimmern wie ein Bett oder einen Tisch. Und auch die Kleidung würde man sich aus Tierfällen und Pflanzenfasern selbst herstellen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen Schulunterricht. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen Schulunterricht. Untertitelung des ZDF, 2020